Leukämien sind Erkrankungen des blutbildenden Systems. Viele sprechen daher auch einfach von Blutkrebs, wenn sie Leukämie meinen. Das gemeinsame Kennzeichen aller Leukämien ist, dass sich die ausgereiften weißen Blutkörperchen, die Leukozyten oder ihre unreifen, nicht funktionsfähigen Vorläuferzellen ungebremst vermehren und schließlich das gesamte Blut überschwemmen. Ich werde dir in den folgenden Minuten erklären, welche Formen von Leukämie es gibt und wie man sie grundsätzlich behandeln kann. Leukämie, was ist das eigentlich? Der Name Leukämie geht auf den deutschen Arzt Rudolf Virchow zurück. Als dieser 1845 im Mikroskop das Blut eines Patienten betrachtete, prägte er den Begriff. Leukämie heißt weißes Blut, denn die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, hatten sich derart stark vermehrt, dass Virchow fast nur noch sie sah. Man unterscheidet bei Leukämie zwischen verschiedenen Krankheitsformen. Das hängt davon ab, welche Gruppe von Leukozyten betroffen ist. Die wichtigsten Leukämieformen sind die myologische und die lymphatische Leukämie. Beide Formen können sowohl langsam als auch sehr schnell voranschreiten. Dann nennt man sie chronisch oder akut. Akute Leukämien führen unbehandelt in wenigen Wochen oder Monaten zum Tode. Chronische Leukämien verlaufen meist über mehrere Jahre. Daraus ergeben sich vier Leukämieformen, die auch den Großteil der Erkrankung ausmachen. Dies sind die AML, die akute myologische Leukämie, die ALL, die akute lymphatische Leukämie, die CLL, die chronisch lymphatische Leukämie und die CML, die chronische myologische Leukämie. Im Jahr 2018 haben wir in Deutschland etwas mehr als 12.000 Menschen die Diagnose Leukämie erhalten. Vier Prozent von ihnen waren jünger als 15. Insgesamt sinkt mit zunehmendem Alter das Erkrankungsrisiko für eine Leukämie bis zum 30. Lebensjahr. Danach steigt es deutlich an. Männer erkranken häufiger als Frauen. Laut Statistik erkrankt in Deutschland eine von 99 Frauen im Laufe ihres Lebens an Leukämie. Bei Männern ist es einer von 75. Bei mehr als einem Drittel aller Betroffenen in Deutschland wurde eine chronische lymphatische Leukämie diagnostiziert. Gut ein Viertel erkrankte an einer akuten myologischen Leukämie. An akuter lymphatischer Leukämie erkrankten in Deutschland jährlich etwa 500 Kinder. Die ALL ist damit die typische Kinderleukämie. Unwohlsein, länger andauernde Abgeschlagenheit und Fieber können Anzeichen einer Leukämie sein. Auch Atemnot bei mäßiger körperlicher Belastung, schwer verlaufende Infektionen oder geschwollene Lymphknoten können auf die Erkrankung hinweisen. Nasen- und Zahnfleischbluten, generell Blutungen, die sich schwer stillen lassen, sollte man ebenfalls ernst nehmen. Was eine Leukämie im Einzelfall auslöst, ist oft schwer zu sagen. Risikofaktoren, die für alle Formen von Leukämie eine gleich hohe Bedeutung haben, gibt es nicht. Bei den einzelnen Formen der Erkrankung sieht es aber anders aus. Die bekanntesten Risikofaktoren für akute Leukämien sind ionisierende Strahlen, also radioaktive Strahlen oder Röntgenstrahlen. Sie können die für die Blutbildung zuständigen Zellen im Knochenmark schädigen und so eine Leukämie auslösen. Auch eine Chemotherapie mit Zytostatika, das sind die klassischen Krebsmedikamente, kann der Auslöser für eine akute Leukämie sein. Wer im Job Kontakt mit Chemikalien wie Benzol, 1,3-Butadien oder verwandten Substanzen hat, hat ebenfalls ein erhöhtes Risiko für akute Leukämien. Das gilt auch für einige genetische Veränderungen, beispielsweise für eine Trisomie 21. Mit Ausnahme des in Europa äußerst seltenen HTL-Virus sind auch keine Krankheitserreger bekannt, die das Risiko für eine Leukämie beeinflussen. Das waren nun eigentlich schon alle gesicherten Erkenntnisse zu den Ursachen von Leukämien. Mehr gibt es nicht. Der Rest ist Spekulation. Diskutiert wird zum Beispiel, ob Rauchen oder Übergewicht einen Einfluss haben. Sicherlich ist es gut, die genannten Risikofaktoren so gut es geht zu vermeiden. Röntgenuntersuchungen sollte man deshalb nur machen lassen, wenn es absolut notwendig ist. Du solltest dich aber auch nicht verrückt machen, denn insgesamt ist es so, dass man bei den meisten Patientinnen und Patienten mit einer Leukämie keine Erklärung für das Entstehen der Krankheit findet. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Anders als bei Krebsarten mit einem festen Tumor, beispielsweise Brust- oder Darmkrebs, ist bei einer Leukämie von Beginn an auch immer der gesamte Körper betroffen. Die Möglichkeit, einen Tumor im Rahmen einer OP herauszuschneiden, gibt es nicht. Die Bestrahlung einzelner Lymphknoten kommt meist auch nur für wenige Patientinnen und Patienten infrage. Bei der Behandlung von Leukämien hat man deshalb schon sehr viel früher als bei anderen Krebsarten auf medikamentöse Therapien gesetzt. Und das zahlt sich heute aus. Die Prognose aller Leukämien hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Kinder haben mit Abstand die besten Überlebensaussichten. Bei der akuten lymphatischen Leukämie, der ALL, konnte dank der heute verfügbaren Medikamente die Überlebensrate der Erkrankten seit den 1960er Jahren von 5 auf etwa 90 Prozent gesteigert werden. Dieser Erfolg hat aber auch seinen Preis. Viele Erwachsene, die als Kinder ALL hatten, haben heute mit gravierenden Spätfolgen zu kämpfen. Eine Chemotherapie mit Krebsmedikamenten, den Zytostatika, ist heute die Basis vieler Leukämie-Therapien. Vor allem bei akuten Verläufen ist die Chemo unverzichtbar. Zytostatika sind Zellgifte, die hauptsächlich Zellen schädigen, die sich schnell teilen. Das sind Krebszellen, aber auch Blut, Schleimhaut und Haarwurzelzellen. Das ist auch der Grund für das typische Ausfallen der Haare während der Chemo. Daneben kommen inzwischen auch immer mehr neuartige, zielgerichtete Medikamente zum Einsatz. Das sind beispielsweise künstliche Antikörper, die gezielt die Kommunikation der Krebszellen blockieren können. Im Idealfall sterben diese dann ab. Der genaue Ablauf der Leukämie-Therapie hängt von der jeweiligen Leukämie-Form ab. Bei akuten Leukämien ist zum Beispiel immer eine sofortige und aggressive Chemotherapie sinnvoll. Die chronischen Formen werden insgesamt schonender behandelt. Patientinnen und Patienten mit einer CLL kann es sogar passieren, dass sie anfangs gar nicht, unter Umständen sogar nie, spezielle Krebsmedikamente nehmen müssen. Die einzige Möglichkeit, eine Leukämie tatsächlich zu heilen, ist in vielen Fällen eine Blut-Stammzell-Transplantation. In den Medien wird es auch oft als Knochenmark-Transplantation bezeichnet. Das Ziel dabei ist es, die krankhaften Stammzellen im Knochenmark der Patienten durch gesunde Stammzellen einer Spenderin oder eines Spenders zu ersetzen. Die unbedenkte Voraussetzung dafür ist, dass vor der Transplantation möglichst alle Blutstammzellen der Patienten mithilfe einer intensiven Hochdosis-Chemotherapie abgetötet werden. Wenn es optimal läuft, hat so eine Transplantation noch einen zweiten positiven Effekt. Mit dem Knochenmark der Spenderin oder Spender wird auch ein Teil von deren Immunsystem übertragen. Im Körper der krebskranken Empfängerinnen und Empfänger können diese neuen Immunzellen dann die durch die Chemotherapie getöteten Immunzellen ersetzen und Leukämiezellen bekämpfen, die noch vereinzelt vorhanden sind. Es kann aber auch passieren, dass dieses neue Immunsystem alle Zellen im Körper der Empfängerinnen und Empfänger angreift. Dann besteht akute Lebensgefahr. Zwar gelingt es in den meisten Fällen, die transplantierten Immunzellen mithilfe von Medikamenten unter Kontrolle zu halten, aber eben nicht immer. Und das macht eine Transplantation von Blutstammzellen zum Spiel mit dem Feuer. Auf weitere Details der Leukämie-Therapie einzugehen, macht in einem Video wie diesem keinen Sinn. Wie du nun gesehen hast, hängt ein konkreter Behandlungsplan von vielen Faktoren ab. Bei einer Leukämie gibt es grundsätzlich keine Therapie von der Stange, denn jeder Mensch und auch jede Krebserkrankung sind anders. Eine Krebstherapie ist eher wie ein Maßanzug, der auf den Leib geschneidert wird. Und dabei spielen auch der Gesundheitszustand, das Alter und die Wünsche der Betroffenen eine wichtige Rolle. Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Therapieverfahren müssen bei jeder Entscheidung abgewogen werden. Über deine persönliche Situation sprichst du daher am besten in aller Ruhe mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Sehr wichtig sind dabei auch deine persönlichen Wünsche.